Klappe, die zweite. Zehn Jahre Bundesliga hätte ich niemals zu träumen gewahrt. Die TSG Hoffenheim führt beim FC Bayern. Wow, das war fantastisch, was diese Mannschaft abgerissen hat. Und das Tor, das Tor, das Tor! Ucciaks Tor! Da ist Soloi! Firmino! Wolanski Tor! Wieder Firmino! Seja Zalijovic! Traumtor! Ramaric und Tor! Handling! Hallow! Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke. So Freunde, jetzt kriegen wir noch mal Spaß hier.